Wir sind zurück bei Coast Guard, herzlich willkommen. Wir sitzen hier vor der guten alten Fatima und wir haben jetzt ein paar Fragen an sie, nachdem wir in der letzten Folge ja diese Tests gemacht haben, also gefragt haben, wo der Typ herkommt, was der fischen darf und der andere überprüft das jetzt und in der Zeit quatschen wir mit Fatima. Ich dachte, ich werde sterben. Dann, plötzlich, da war ein Licht, und du warst da. Du siehst, alles ist gut. Was denkst du über die Kaffel Fignon? Diese Deep-Sea-Fischers. Ich bin nicht der größte Fan von diesen. Well, als sie bereit sind, hier zu fischen. All wir tun ist, dass wir unsere Check, und dann jeder kann mit ihren Fischen gehen. Okay, sie sagt dir also, die Boote müssen gesondert gecheckt werden. Ich will jetzt mal ganz kurz in unserem Labor was fragen. Er spielt einfach eiskalt Game Boy, der Larry. Mal gucken, ob wir irgendwas für ihn haben. Wir haben nichts außer so ein, was ist das? Ein Brecheisen. Zum irgendwas aufbrechen oder aufmachen. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Wir haben doch keine Arbeit für ihn. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Hoch. Quatschen nochmal mit ihm. Was können wir denn sonst noch hier machen? Boah, das wackelt aber rum, ey. Was sagt denn unser... Haben wir ein Logbuch? Warte mal. Ah, hier. Ja. Du bist für Alfonsinos mit Bottom Troll? Ja. Du hast die Verpflichtung für die Städte der Städte? Die Verpflichtung sollte hier irgendwo sein. Kann ich einfach e-mailen es dir? Nein. Ja, das ist möglich. Okay. Mein Kollege wird dir die Kontakte. Ich werde es dir so schnell wie möglich. Es wird ein Zeitpunkt. Wir müssen es noch nicht finden. Okay, neuer Logbucheintrag. Wir sollen ins Büro. Und das überprüfen wir jetzt mal, ob das auch alles stimmt. Wir sollen ihr das jetzt einfach mal geben, weil Fatima sich damit offensichtlich auskennt. Okay. Der Kapitän Figment e-mail me ihre License. Anything out of the ordinary? Hmm. Everything seems to be in order here. The Trawler is allowed to fish the Alfonsino. Ben? Yes, Coleman. I just ran the check on the Figment's data. Everything's fine. It flies the flag of the Coastal State and has all the required registrations. Thanks, Coleman. The Deep Sea Fishing License is here too. Okay. Ja, ist alles okay? Das heißt... Mal gucken, ob da noch irgendwas ist, wo wir ihm vielleicht... Haben sie eine Aufsache? Ja, das hatten wir schon hier. Ich weiß, dass es nicht einfach für dich ist, aber wir müssen uns auf diese Dinge bemerken. Aber wir haben schon sehr gut gemacht, und wir machen unsere Rolle, und wir halten uns an den Fischen Quotas. Warum nicht Sie schauen, dass die Ölindustrie? Die Ölgeräge sind die Zeitbomben, und keiner ist die Zeitbombe. Und ich habe nicht sogar über ihre Yield gesprochen. Wir haben zumindest unsere Hall, kann sie wieder reproduzieren und werden zurückkehren. Das kann auch 20 bis 30 Jahre dauern, mit diesen Deep-Sea Fisch. Aber du kannst nicht die beiden vergleichen. Der Ölgeräge Ölgeräge ist, wenn du mich fragen. Offshore? Das Ölgeräge? Suspisch. Warum? A Cooken? Hast du auf der Ölgeräge Ölgeräge recently? Nicht persönlich, aber ich passe immer ziemlich nah an meinen Fischenrouten. Ich hörte ein paar louds grünen und sprechen. Das war ziemlich verrückt. Es gibt nicht immer noch viel Parten in der Nacht. Hmm. Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Okay, das ist nicht mehr, Sean. Was? 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 Wir schauen uns was? 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 Ist ja alles okay. Hier ist Wasser. Da kommen wir nicht rein. Hier hatten wir ja unser Bewusstsein irgendwie verloren. Das ist nur, um die Tür zu und aufzumachen. Von da kamen wir ja. Ah, was ist das? Ich tauche immer irgendwie ab in irgendwelche Erinnerungen oder so. Ich erinnere mich an einen Einsatz kurz vor der Bohrinsel Petrovut. Wir haben einen Mitarbeiter der Bohrinsel aus dem Wasser gefischt. Was er uns erzählte, war mehr als merkwürdig. What? Ja, das ist da vorne. Man sieht die ja von Weitem schon. Da soll irgendwas... Irgendwas soll da nicht stimmen. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und wir werden rausfinden, was und auch, warum er diese Träume halt die ganze Zeit hat. Oder ist das... Erzählt er das und wir spielen das jetzt einfach so? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Freunde, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Okay, wir sind in der Search-Area jetzt. Die Sorge der Signal muss hier sein. So, und wir sollen hier nach irgendwas schwimmen in dem Wasser suchen. Da, da. Da, 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 da. Da ist irgendwas. Da vorne. So, wie nah müssen wir an den Rand? Erstmal überfahren, eiskalt. Achso, und das ist Obiter Bergung, F5. Achso, man muss sogar richtig in den Rettungsmodus gehen. Alles klar, okay, warte, dann muss ich nochmal F1 drücken. So, und jetzt F5. Hopp. Yeah, cool. Yeah, Person gerettet. Yep. 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 Er schreit, aber seine Körper ist sehr niedlich, und ich kann gar nicht fühlen, einen Puls. Bitte, ihn auf dem Bord so schnell wie möglich, damit wir ihn helfen können. Ich werde es schnell. Ich... ein Verbeugnis! Auf dem Ölgerich! Hilfe! Weird, er schreit etwas über ein Verbeugnis, die auf dem Ölgerich auf dem Ölgerich nahe. Aber es ist schwer zu verstehen, was mit dem Staat er in ist. Er auf dem Bord erst. Du kannst ihn fragen, wenn er stabilisiert ist. Oh no, der poor guy wirklich ist half-frozen to death. Bitte, take care of him. Of course. Help! Don't let him get away! Murderer! On the oil rig! Don't worry, wir werden uns überlegen. Let's run some checks first and take care of you. We'll get you a warm cup of tea so you can get your strength back. Finn, do you think he's talking about the oil rig nearby? Well, he couldn't have swum much further than from there. I'll check up on it and have a look around the place. Do that. Once the man has gotten his strength back, I'll get him into the interrogation room. You can have another go at questioning him. Thanks, Fatima. Das ist so krass. Man muss halt auch richtig Leute befragen. Retten. Sachen rausfinden. Sich auch Sachen speichern. So einfach ist das gar nicht. Gefällt mir. Das Ding gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt. Ganz cool. Wir sehen uns aber wieder in der nächsten Folge. Weil die Folge endet hier schon. Ich sage jetzt mal danke fürs Zusehen. Und was uns auf der Bohr-Insel erwartet. Das werden wir rausfinden in der nächsten Folge. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Believe es. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.